ja wir sind wenn man schlafen wenn wir schlafen wir sowieso 1.0 das können wir noch alles richten sand sand ich will sand wir brauchen da ja nur sandstein ich mach uns hier einmal eine Werkbank hey gute Idee ich hab mir nie daran gedacht hier in die Ecke machen wir eine Werkbank und ne zweite da drüben rechts oder links wo soll deine Sachen sein bitte wie übersetzt wo soll deine Sachen sein gib jeweils auf beiden Seiten eine Drohe hin ich bin immer für rechts ihr habt eine Drohe hin lege ich lege in die lege mal meine Reine und ich teile auch was wir gekriegt haben Moment ist ich baue mal das du willst gerade vier aufteilen hast du auch Gold gekriegt von unten? ja wieviel? warte gib mir vier und mir direkt zu holen wieso ach so Momenti ich baue das mal dann machen wir es gleich oh ein Schmaragd machen wir einfach eine Gemeinschaftsruhe oder geben wir es dann hinein ok ähm ich mach sie schnell 1 2 3 sie steht in der Mitte vom Raum und ich glaube wir haben ich glaube wir haben wieviel wart ja 10 10 glaube ich verrottetes Fleisch wir geben einfach alles nach dem Kunden an da rein ok ja ich mach auch ab bis ich ich bin zuerst weg ja super ich bin zu faul dass ich gleich viel mitnehme na kann man die Drohe gar nicht öffnen ich bin zuerst weg ja eh nicht soll ich noch sagen ja das holt von dir поговор jetzt die um rocket jetzt ach du schluss noch neun Erde dann kommst du damit locker rauf hui nein ich glaub nicht du hast noch einen Sandstein wo 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 ich mach das mit dem Sandstein brauche ich noch ach du schluss ich hab nicht mehr zu fressen Prozent ja ich war halt zu vorn dann geht wird dann Doppel Doppel auf jeden Fall das war so wieso dann stirbst du einmal schadet schon nicht auch zu grunzen schau der Schwein verarscht mich du rinnst immer das halt ist was drin leuchtet so ähm mal schauen äh Moment wie ich hab ich hab neunzehn verrottetes Fleisch leg einmal alles in deine Ruhe echt heiß auf wie soll das gehen wenn ich wenn ich also mit dem verrateten Fleisch du krieg immer das Meere von der Hälfte und ich geh das ist weniger 3 das ist der Vertreue das ist schlau ok dann teile ich es mal auf 11 das heißt 6 5 äh verratetes Fleisch als Tiefen 5 10 T 10 T 10 T kannst du holen ah ok äh ich kann mit dir den Tee nicht umgehen du musst du stellst noch den Ding auf den Teufel Knochen jeder neun Knochen wo du das du brauchst nicht scheiße sagen ich machungere grad ja schau mich an du kannst jetzt sterben oder? ja ah bett 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 Spawnpunkt dann bau schnell ich hab kein Holz mehr ich brauch ein Holz nur ich schlaufe Holz du bist besser als ich du kannst jetzt ich brauch Holz wie viel hast du? 3 ah 2 und ich brauch 3 ich hab ich hab warte lass mich rein ich hab ich hab ich hab ich hab Vielen Dank.